Ich nehme heute die blaue, weil ich habe das Gefühl, dass die Grüne mich deprimiert. Nach ihrem Prozess erwarten wir nun hier in Kürze eben jene Violette Mondini. Die wollen mir die Kinder wegnehmen, weil ich angeblich nicht richtig für sie sorgen kann. Meine Familie ist für mich mein Ein und Alles. Mein Chef möchte Ihnen gern etwas vorschlagen. Nun, also ich habe es zu Wohlstand gebracht, doch ich habe nie die Zeit gefunden, eine Familie zu gründen. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Ich übernehme Ihre Schulden und dafür nehmen Sie mich in Ihre Familie auf. Der Typ ist ja völlig irre, echt? Der hat sich ja wohl nicht mehr alle... Er ist eben anders, wissen Sie? Man mittet sich doch nicht einfach eine Familie. Solche Ideen würden zu diesem reichen Spinner passen. Wie heißt der noch? Der sich wie eine Fledermaus anzieht? Batman. Die Betten stehen getrennt, aber ich mache die große Decke drüber, damit es wie ein Ehebett aussieht. Paul-André. Du heißt wirklich Paul-André? Deine Mutter hatte dich wohl nicht gern. Reißverschluss. Sie gehen aus? Ja. Hatten Sie nicht gesagt, von Liebesgeschichten hätten Sie genug? Das geht für Liebe, nicht für Sex. Leon, holen Sie mich bitte sofort nach Hause. Das geht hier überhaupt nicht. Wenn Sie wüssten, wie die leben. Das reinste Chaos. Meinst du mal gehört mir? Darfst du überhaupt nichts verloren? Ich räume nur auf! So ist Familie nun mal. Als Sie von Familie gesprochen haben, da war sie ein Hafen des Friedens und der Harmonie. So eine Scheiße, du kannt mich mal! Es wird ständig geschrien! Geschrien! Schreien! Schreien, schreien, schreien! Wir haben sie doch nur aufgezogen. Gerade sitzen! Bist du bescheuert? Sie wollen in einer Familie das Kind sein und nicht der Mann! Sie geben die Regeln vor als Familienoberhaupt. Sie schlagen den Takt und bestimmen das Tempo. 1, 2, 1, 2? 1, 2, 1, 2.